hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von for honor wieder im co-op die story durchzocken mit dem guten alten drums und im letzten part haben wir den guten alten typen mit der fetten rüstung gespielt die hat den namen vergessen egal auf jeden fall starten jetzt die nächste mission und wesen ruhig und hören was apollo uns zu sagen hat auf jeden fall nach dem ladebildschirm apollion ich sage erinnern sie apollo ist mir egal die kämpft ewigen kerl ich meine hast du mal gesehen wie die kämpfe ist doch nicht mehr normal kann ich auch die friedenshüterin das wird auch lustig doch es passt zur sabotage werden wir jetzt sehen auswählen schwierigkeit normal zu beobachten dass wieder fünf wo er wird wieder was wir dann würde ich sagen los geht's am ende sind wir nur zwei ist echt so wie bist du bereit ich schon ja die arbeit eines des Friedenshüters niemals beendet, schnell und tödlich. Sie können den Kampf entscheiden, bevor der Feind überhaupt lernt, dass sie da sind. Die tödliche Tänzer von X2-Tänzer würden eine Tanzparole, wir wissen, kann Legenden zerstören oder erschöpfen. Jetzt spielen wir tatsächlich anscheinend die Friedenshüterin. Ich freue mich schon drauf. Ja, Mercy. Auch wenn die Maske von der Hellsplay ist. Ich finde es gut, dass man auch andere Charaktere spielt. Fällt mir. Und ich hoffe, dass man hier schleichen kann, weil der PSK ist ja eher zu sabotieren und so geeignet. Und ich denke mal, das wird jetzt nicht passen, wenn man sich hier so durchmitzelt. Das wäre schon geil, wenn man sich so anschleichen könnte und so. Ich glaube, eine fette Schlacht ist das nicht. Ich denke, so richtig 100%ig Stealth würde das auch nicht sein. Naja, lass mal sehen. Wir lassen uns mal überraschen, was die Mission Sabotage uns bringt. Wird zu dem Spiel aber irgendwie auch nicht passen, ne? Das darf durchlaufen, finde ich, also zum Spiel generell. Ja. Ist ja kein Assassin's Creed. Obwohl dieses Jahr kommt, glaube ich, noch eins Ende des Jahres oder Mitte. Mh, bin ich schon nicht sicher. Ja, kann man auch angekündigen Empire? Wird was spielen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, wenn sie rauskommt, werden da auch Videos kommen. Wir mussten einen Weg finden. Die Wikinger können kreativ sein, wenn sie denn wollen. Korrekt. Ja. Also ich weiß, wie man diesen Triple Step machen kann, ne? Ja, guck, guck. Guck. Ah, es war noch zwei. Du musst R1 im Takt drücken. Also wenn du ihn zugestochen hast und gerade wenn du ihn wieder rauskommst, dann musst du wieder R1 drücken. Okay, warte, lass mich das mal an dem hier testen. Also im Takt nicht triggern. Ohja, der bemerkt mich nicht. Ich hör's für den Noob. Okay, das hat nicht funktioniert. Jawoll. Warte. Den Baum kann man mal inspizieren, hier, ne? Warte. Warte, gut, mir. Ich will seiner, naja. Den Baum kann man mal inspizieren, hier. Ja, und? Der Baum kann man mal inspizieren, hier. Der Baum hätte besser keine Kundschaft dafür rausgeschickt. Er hätte nicht schicken sollen. Der Baum hätte nicht geschickt sein. Die Leiche. Der Baum hat nichts gesagt. Ah, die Leiche kommst du? Ja. Ah. Apollyon befall mir den Weg freizuräumen. Und natürlich gehorchte ich ihr. Ne, ne, tschüss, 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 tschüss. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Wieso? Komm, ich hab' nicht weh. Komm. Runterstoßen. Komm zurück, komm zurück. Komm zurück, komm zurück. Denn? Haben wir uns noch gesehen? Ja, schon längst. Ah, ihr habt uns gesehen? Oh, hab' einen geholt. Ich hasse, wenn die diesen Ange von oben machen. Drei Meter enteinander macht jetzt den Schaltange von oben. Ich hasse, wenn die Gegner spammen. Mach' mich grad' ganz schön rund. Mach' nur denselben einen Angriff. Meiner vergiftet. Vergiftet? Heißt das so? Meiner ist vergiftet, ich wünsche. Dann ist auch was erledigt. Die Postelstrich. Hab' einer. Geht ein, ein Halbschritt schlafen. Zwei. Rasen nachstoß. Gehen wir weiter? Ich komm' mir nicht, ne? Ich komm' mir nicht, ich komm' mir nicht. Ich komm' mir nicht, ich komm' mir nicht nach mir. Ich komm' mir nicht, ne? oder eben nicht so wie hast du spät gesagt demnächst machst du das ist ja und ich habe eine idee was ich hätte jetzt in blendgranate rein bei mir dann furchtig weil kann man wieder was infizieren ja das ist eine axt kämpferin der säkerin ist mir ich habe nicht mehr so viel jawohl das hält uns bei dass wenn jemand den anderen finish ja ich stechen ab hatte dass man nicht kippieren dass sie ihm am gift kippieren auch mensch der selbst überlebt hast du genommen angriffe füllen die rache anzeige hatte hier ist doch noch ganz sicher was der weg hier gibt es da oben ich gehe jetzt war die jungen gezogen hat hier noch feinde hier ist eine gruppe kommt zu mir hier sicher war schmeißen runter ok er ist unten wo ist er da kann ich locker zu mir locker zu mir also kurz hätte ich jetzt gemacht dann kriegen sie jetzt vergiftet hier ich bin ja alle warten schaffst du ich stehe am rand erledigt ich versuche jetzt zu dir zu locken hier ist noch einer ich schmeißen runter ja kommen wir jetzt hier hin ich glaube ich ich komme nicht hier ist noch einer hier ist ein beserker ich bin unten haben wir einen holen du hast mich getroffen schon wieder wir sollten am besten nur einzeln gegen gegner kämpfen ja und dann hast du hier gelassen oder ist er gerade runtergekommen ein untergestoßen nein jetzt lass ich den ja im gift krepieren oder du tötest ihn schon wieder ich muss mich aggressiv ist doch irgendwas hier ist das blaues auf der karte sind die feinde ich darf mal hier hoch gehen ja auch immer runter runter warum schon wir machen in sparta move dann einfach immer die lange den schlag von oben macht die durchgehend spämmt die jetzt kommt und ich bin ja locker muss immer sehen warte kommt man besagt er hat überliebt der beserker egal das hat er nicht überliegt es war also kommt die hier hin doch die hier sie lebt noch nicht mehr lange ich bin fast tot wirst du jetzt gestorben hier sind noch ein paar ich weiß sie runter ja und der schweiz bringt sie gar nicht so viel runter gefallen aus ich höre ich hier ist einer für dich oder wir werden nicht fallen jetzt noch was zum kaputt machen ja ja ich behalte meine ich möchte zufrieden angriffe film war mir die racheanfrage ist ganz schön ich weiß also ich habe eben runter gesprungen wenn er schaden gemacht ich habe dann noch helfen das über glaube ich optional jetzt wo wie lange gekommen ich glaube ich glaube ich kann das sein wir sind hierher gekommen ja ich war jetzt das ist auch genug gesagt aber ich denke also kurz müssen wir hin da oben hier ja ich glaube ich den weg hier bist du oben rum gehe oben rum ich habe ja eine treppe gesehen ja hier ist eine treppe die habe ich gerade nicht gesehen eine leiter wo ist hier oben ich kann die leiter kein leuchtsignal geben also ich bin damit abstechen oder du tötest mich einfach das leben für die exekution von der exekution da komme ich auch leben ich habe sich irgendwas leben gekriegt noch einer warte jetzt hast du mir geschlagen mein anderes abgebrochen egal tot hatte ist hier was hier geht so hier ist ein weg aber doch mal hoch gehen also hier ist der weg aber noch mal checken was hier so geht ja die gehört hier die vergiftet die hat mir gegeben ich werde mich aber meiner vergiftet aber meine ist fast tot hatte dass mir die nämlich ab weniger leben du sagst es immer alle so spät ja weil du sie weil ich nicht wusste weil ich ja nicht sehen kann man du die angreifst du greifst ja immer an wenn die loben gibt es vorbeigelaufen hier gibt es noch was hier halt in luft dieser rechte scheint anständig zu sein wir sind irgendwo was komm lauf mal zurückgekommen das ist der weg ist länger kommen wir zum mit hier ist ein kurzer weg ich dachte jetzt mal anderer weg aber wenn ich das ja alles so verlängert dann gehe ich in den kurzen weg guck hier ich werde dann gibt es die optionale objekte oder so da ist der stahl und alles wir sind schon drin aber wir haben uns nur den kampf gespart ich denke ist irgendwo noch stahl war ja gerade eben auch so da gab es ja auch was zum sammeln schmeißt du mein feuer darauf da ist eine einer mit zwei äxten meiner brennt er verbrennt ich bin fast und ich muss blocken ergegen ist knallt also lass mich den tüten ja hier ist noch stark die nächsten was mir nicht auch nicht mehr so viel leben hier ok da dauert er mir ein bisschen etwas stahl gefunden sehr schön der weg kann wenn wir nicht wenn sie können wir irgendwo runterspringen ja ich habe ja vor das leben ja auch korrekt komm hier hin ja richtige combo ich will das aber auch gleich sehen wie das mit den sabotieren aussieht ja ich werde ich vergiftung meine klingen da kommt zwar ein paar schaffst du denn nicht wenn du drauf schlägst ok dann lasst du dir denn ich kämpfe gegen ihn hier ja ich kämpfe von denen ich kämpfe gegen drei alter macht das gegen diese standardteile nicht die nerven aber echt anfallen der ist ja gerade durchgepackt durchs geländer meiner blockst du absolut heftig meine sind vergiftet der sanatisch der wache meiner ist erledigt hallo meiner blockt alles ja ok jetzt macht er gar nichts mehr meiner ist tot hast du ihn auch erwischt ihr sabotiere also hier ist noch irgendwo einer bei mir auf der karte ah der ist über uns daran sollte ich dann wohl auch ziehen daran sollte ich wohl auch ziehen hier gibt es glaube ich noch was zum ansehen also kurz ja wo ja das ding hier ah hier komm mal hier vielleicht gibt es hier noch was ich weiß nicht wo du bist hier ist eine blendkanade wenn du eine brauchst ne brauche ich nicht ich hab was anderes ausrüstung aber wir müssen nur eine etage nach oben ah hier ist eine leiter hier ist eine pass auf man immer wie ich schlagen wir schlagen die die und stark gegner also es kapieren gift du musst einmal draufschlagen wenn es ja tot dann ist kapiert okay hier ist ein fetter vor ja ich habe aber nicht mehr so viel leben ich vergibst du meine klinge gibt es doch was zu infizieren hier gibt es noch was zu infizieren nicht zum vorstuhl gehen die kann man auch halt infizieren ja ich bin fast tot boah was machst du da ich bin tot was hast du da gemacht aber ich habe mich hingelegt weil ich dachte du bist ja mal gegen die kämpfe ja ich habe eben kein leben gehabt kannst du mich wieder beleben jo hier fahrstuhl hä warte konnte man infizieren wirklich gar nichts noch jetzt gehts irgendwie nicht ach egal gar gerade ging es was passiert jetzt ich meine auf onkel tarzan okay okay und da waren leute drin ne ja der weg ist frei beeindruckend ermutigt sie mich doch wenn man die online spielen könnte das wäre schon geil ja das war es ja eine recht gute mission ich habe ein paket bekommen ich habe ein paket bekommen ich auch geht ab können wir online benutzen ja wird ja auch irgendwann kommen früher oder später da können wir nicht hin kommen dann würde ich sagen dann würde ich die folge jetzt beenden ich hoffe ihr seid auch beim nächsten mal wieder dabei und tschüss 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 tschüss